Kennst du Günther? Günther ist dein innerer Schweinehund. Er lebt in deinem Kopf und bewahrt dich vor allem Übel dieser Welt. Früher, als du ein Kind warst, war Günther noch ein Ferkelwelpe. Damals haben deine Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels, deine älteren Geschwister und Lehrer, Freunde und Kollegen Günther gefüttert. Pass gut auf dein Herrchen auf, haben sie gesagt, und ihm immer wieder erklärt, was gut und was schlecht für dich ist. Das alles hat sich Günther zu Herzen genommen und dich immer brav gewarnt, wenn du etwas tun wolltest, was du noch nicht konntest. Das ist gefährlich, hat er dir dann gesagt, oder Das wird schwierig, hat er dich gewarnt. Und weil Günther so gute Ratschläge gegeben hat, hat er weiterhin sein Futter bekommen und ist über die Jahre zu einem ausgewachsenen Schweinehund geworden. Jedes Mal, wenn du etwas Neues ausprobieren willst, etwas lernen oder dich anstrengen musst, ist Günther zur Stelle. Lass das sein, sagte dann, oder Das schaffst du nicht. Damit will dich Günther schützen. So wie es ihm früher deine Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels, älteren Geschwister und Lehrer, Freunde und Kollegen gesagt haben. Vielen Dank. Wir schönen Tag. Vielen Dank.